Willkommen bei den Anleitungsvideos für Stotags Gehalt und Lohn. Wir zeigen Ihnen heute die Neuerungen und Erweiterungen im Jahresupdate von Gehalt und Lohn 2019. Wir werden uns dazu die wichtigsten gesetzlichen Änderungen zum Jahreswechsel, die Änderungen in den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerstammdaten, im Abrechnungsbereich, bei den Auswertungen und bei Stotag Select Online ansehen. Zunächst werden wir uns die wichtigsten gesetzlichen Änderungen zum Jahreswechsel und ihre Umsetzung in Gehalt und Lohn anschauen. Detaillierte rechtliche Informationen finden Sie wie immer in unserem Fachratgeber ABC des Lohnbüros. Eine der auffallendsten gesetzlichen Änderungen zum Jahreswechsel ist die hälftige Beitragstragung des Zusatzbeitrags in der Krankenversicherung. Bislang wurde der Zusatzbeitrag nur vom Arbeitnehmer getragen, für Abrechnungszeiträume ab 2019 wird er nun wie der Einheitsbeitrag vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils zur Hälfte getragen. Einheits- und Zusatzbeitrag werden übrigens weiterhin getrennt berechnet, damit sie auf den Beitragsnachweis gesondert ausgewiesen werden können. Außerdem sinkt ab 2019 der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung um 0,5% und der Beitrag zur Pflegeversicherung steigt um 0,5%, sodass sich die beiden Änderungen für die meisten Arbeitnehmer im Ergebnis gegenseitig aufheben. Die Änderung der bisherigen Gleitzonenregelung in einen Übergangsbereich bis 1300 Euro wurde vom Gesetzgeber kurzfristig auf den Juli 2019 verschoben und wird daher voraussichtlich erst Bestandteil des 2019. Juli-Updates werten. Die folgenden lohnsteuerrechtlich relevanten Änderungen im Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften sind in Gehalt und Lohn wie folgt umgesetzt. Im Entgeltbestandteil Dienstwagen-Ein-Prozent-Regelung finden Sie die neue Option für die steuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen, bei der es zwar bei der Ein-Prozent-Regelung verbleibt, aber der inländische Listenpreis nur hälftig angesetzt wird. Für die Dienstfahrräder haben wir zum einen einen eigenen, gegenüber den Dienstwagen um nicht benötigte Eingabefelder abgespeckten, Entgeltbestandteil angelegt. Zum anderen sind die Dienstfahrräder-Sachbezüge ab 2019 im Rahmen des neuen § 3 Nr. 37 Einkommensteuergesetzes steuerfrei. Die Steuerfreiheit von Jobtickets ab 2019 ist im neuen § 3 Nr. 15 Einkommensteuergesetz geregelt. Die Änderungen können sowohl für Jobtickets-Sachbezüge, den Entgeltbestandteil Warendienstleistungen, als auch für Fahrtkostenzuschüsse, den Entgeltbestandteil Fahrtkostenwohnung-Arbeitsstätte betreffen. In beiden Fällen können zum Jahreswechsel Änderungen bei den betreffenden Arbeitnehmern nötig sein. Wenn im Entgeltbestandteil Warendienstleistungen-Einzelbewertung das Jobticket-Häkchen gesetzt ist, geht Gehalt und Lohn für Entgeltabrechnungszeiträume ab dem Januar 2019 grundsätzlich von einer Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 15 Einkommensteuergesetz aus. Der kleine Rabattfreibetrag von 44 Euro spielt dann keine Rolle mehr, weshalb eventuelle bisherige Steueroptimierungen, z.B. mit Arbeitnehmerzuzahlungen, gegebenenfalls entfallen können. Bitte prüfen Sie dies sorgfältig für Ihren Arbeitgeber und nehmen Sie dann die gewünschten Änderungen in der Entgeltvorbelegung in den Arbeitnehmerstammdaten vor. Reine Fahrtkostenzuschüsse geben Sie im Entgeltbestandteil Fahrtkostenwohnung-Arbeitsstätte ein. Hier werden bisher laufend steuerpflichtige Fahrtkostenzuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr ab Januar 2019 als nach § 3 Nr. 15 Einkommensteuergesetz steuerfrei behandelt. Bestehende Pauschalierungen werden von Gehalt und Lohn nicht maschinell geändert. Es empfiehlt sich jedoch in jedem Fall zu prüfen, ob die neue Steuerfreiheit einschlägig ist und dann gegebenenfalls die Pauschalierung zurückzunehmen. Weitere kurzfristige gesetzliche Änderungen zum Jahreswechsel werden wir wie üblich mit Online-Aktualisierungen ergänzen. Beim Monatswechsel auf den Januar 2019 legen wir erstmals auch für die Arbeitgeberstammdaten automatisch einen Änderungszeitpunkt zum 1. Januar an, damit wir für das jahresbezogene Meldeverfahren der Unfallversicherung immer einen festen Startpunkt haben. Für die Arbeitnehmerstammdaten wird ja bereits seit Jahren mit dem Januar-Monatswechsel automatisch auch eine neue Stammdatenversion angelegt. Nun haben wir diese Funktion auch auf die Arbeitgeberstammdaten ausgeweitet. Zudem wird beim Januar-Monatswechsel die Rückrechnungstiefe maschinell auf den Januar des Vorjahres umgestellt. Neu beim Januar-Monatswechsel ist auch, dass das Jahreswechselprüfprotokoll sie auch unterstützend auf die Arbeitnehmer hinweist, die in der Nähe der Jahresarbeitsentgeltgrenze oder der Gleitzonengrenze sind, damit sie deren versicherungsrechtliche Beurteilung für das Folgejahr einfacher durchführen können. In den Arbeitgeberstammdaten haben wir Schaltflächen zum schnellen Blättern zwischen den Arbeitgebern ergänzt. Das Blättern erfolgt dabei zwischen den Arbeitgebern, die in der aktuellen Arbeitgeberübersicht angezeigt werden. Auch die Reihenfolge entspricht der zuletzt ausgewählten Sortierreihenfolge dieser Arbeitgeberauswahl. Für den monatlichen Dokumentenexport möchten wir sie nochmals auf die neue Möglichkeit hinweisen, die Dokumente nicht nur fortlaufend in ein Grundverzeichnis auszugeben, sondern sie auch automatisch in übersichtliche Unterverzeichnisstrukturen aufzuteilen. Mit einer der ersten Online-Updates im Jahr 2019 wird diese Auswahl auch für den monatlichen Export in der Stotax DMS gelten. Zuletzt haben wir in den Arbeitgeberstammdaten noch die Möglichkeit ergänzt, die Mindestlänge einer Kontonummer beim Export festzulegen. Innerhalb von Gehalt und Lohn werden die Kontonummern weiterhin vierstellig geführt, in der Buchungsliste und beim Datenexport dann aber mit führenden Nullen ausgegeben. Auch in den Arbeitgeberstammdaten haben wir die Vor- und Zurückschaltflächen zum Blättern zwischen den Arbeitnehmern ergänzt. Hier werden sie bei den Änderungszeitpunkten zum Jahresbeginn und zum aktuellen Abrechnungsmonat angezeigt, aber nicht bei unterjährigen Änderungszeitpunkten, um ungewollte Änderungen zu vermeiden. Auch hier erfolgt das Blättern in der Reihenfolge, in der die Arbeitnehmer in der zuletzt angezeigten Arbeitnehmerauswahl sortiert waren. Hier ausgeblendete Arbeitnehmer werden auch beim Blättern übersprungen. Beim Auswahlfeld der Saisonarbeitnehmereigenschaft haben wir eine neue Plausibilitätsprüfung aufgenommen, die sie darauf hinweist, wenn sie für einen deutschen Staatsbürger, der im Inland wohnt, ein Saisonarbeitnehmerkennzeichen setzen. Der Hintergrund ist, dass das Kennzeichen ausschließlich für die Arbeitnehmer eingeführt wurde, die nur für eine befristete Beschäftigung nach Deutschland kommen und für die daher nach Beschäftigungsende keine Anschlussversicherung in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung in Frage kommt. Das Kennzeichen ist daher nicht zu setzen, wenn ein im Inland wohnender Arbeitnehmer eine Saisonarbeit aufnimmt, da er auch nach Beschäftigungsende weiterhin gesetzlich krankenversichert sein wird. Bei der Eingabe von verfallenen oder abgegoldenen Urlaubstagen können Sie nun auch ein eigenes Datum erfassen, ab dem der Urlaubsanspruch erloschen ist. Um die chronologische Sortierung der Fehlzeiten auch in Sonderfällen sicherzustellen, ist nun bei der Bearbeitung einer alten Fehlzeit das Beginndatum immer gesperrt. Nur in der aktuellsten Fehlzeit kann der Beginn geändert werden. Um die Verwendung der EEL-Meldung bei Kinderkrankengeld zu vereinfachen, haben wir in den Arbeitnehmerstammdaten eine Plausibilitätsprüfung ergänzt, die Sie darauf hinweist, wenn Sie eine Kind-Krank-Fehlzeit mit Zahlung von Krankengeld ausgewählt haben, aber zuvor weder eine Fehlzeit mit bezahlter Freistellung vorliegt, noch ein Ausschlussgrund hinterlegt ist. Der Hintergrund ist, dass jeder Arbeitnehmer bei Krankheit eines Kinds zunächst einen Anspruch auf bezahlte Freistellung gegen den Arbeitgeber hat und erst nach dessen Auslaufen oder bei dessen vertraglichen Ausschlusses eine Krankengeldfehlzeit in Frage kommt. Hinterlegen Sie daher in diesen Fällen zunächst die bezahlte Freistellung oder geben Sie, falls eine bezahlte Freistellung ausgeschlossen ist, den Ausschlussgrund ein. Zuletzt haben wir die Arbeitnehmerstammdaten noch um eine Schnellauswahl der Umlagesätze in der Umlage 1, der Entgeltfortzahlung, ergänzt. Hier können Sie bei der Wahl eines anderen Umlagesatzes ab dem neuen Jahr einfach mit einem Klick die Zuordnung bei allen entsprechenden Arbeitnehmern einheitlich ändern. Im Bereich der Abrechnungen möchten wir Sie zunächst auf eine Änderung der Programmlogik hinweisen. Die Reihenabrechnungsoption Ergänzen fehlende Abrechnungen hat bislang nur für die Arbeitnehmer Abrechnungen erstellt, für die noch keine Abrechnung im aktuellen Monat existierte. Wenn für den Arbeitnehmer zwar schon eine Abrechnung vorhanden, aber noch ein Rückrechnungskennzeichen gesetzt war, wurde der Arbeitnehmer übersprungen. Mit der neuen Programmversion ändert sich nun das Programmverhalten bei der Option Ergänzen fehlende Abrechnungen, sodass nun alle Arbeitnehmer abgerechnet werden, für die entweder noch keine Abrechnung vorhanden ist oder für die ein Rückrechnungskennzeichen vorliegt. Durch die Änderung konnten wir diese Reihenabrechnungsfunktion auch in der Abrechnungsübersicht in die mittlere Spalte integrieren, sodass Sie hier nun mit einem Klick die Reihenabrechnung über die angezeigten Arbeitnehmer starten können. Im Entgeltbestandteil Unterkunftssachbezüge ist nun auch die Auswahl des Unterkunftssachbezugs als laufender Bezug und nicht nur als sonstiger Bezug möglich. Im Entgeltbestandteil Arbeitgeber Darlehen sind nun auch Darlehen mit 0% Verzinsung abbrechenbar. Bei den Auswertungen haben wir zunächst die Bezeichnung von zwei Dialogmasken aktualisiert. Den Hauptdialog für die Meldeverfahren haben wir nun von der bisherigen Bezeichnung Arbeitnehmer-Meldemanager in Meldemanager umbenannt, weil er inzwischen mit der Unfallversicherung, der elektronisch unterstützten Betriebsprüfung und der Betriebsdatenpflege auch einige reine Arbeitgeberverfahren beinhaltet. Zudem haben wir den bisherigen Dialog Datenträgeraustausch in SEPA-Zahlungsdatei umbenannt, weil das alte Detaus-Verfahren obsolet geworden und vollständig durch SEPA abgelöst worden ist. Im Print-Bescheinigungswesen haben wir die neue Bescheinigung Krankenkassenbescheinigung vom ehemaligen Arbeitgeber ergänzt, mit der die Krankenkassen nach einem Arbeitgeberwechsel gegebenenfalls beim alten Arbeitgeber nochmals nach Einmalzahlungen für Arbeitnehmer fragen können. Ein elektronisches Verfahren ist hierfür nicht vorgesehen. Mit Stotag Select können Sie für Ihre Arbeitnehmer einen einfachen und sicheren Online-Zugang für die Entgeltabrechnungen einrichten. Falls Sie als Berater oder Lohnbüro mit Gehalt- und Lohnmandanten abrechnen, können Sie zudem Vorerfassungen vom Mandanten abrufen und die Auswertungen aus dem Lohnbüro an Ihren Mandanten übermitteln. Für die Auswertungen aus dem Lohnbüro haben wir nun noch die Übermittlung eines fachlichen Auswertungsdatums pro Auswertung ergänzt und die Darstellung in Stotag Select nach dem fachlichen Datum kopiert. So erhält der Mandant ein übersichtliches Archiv über alle Lohnunterlagen, in dem er die Dokumente schnell und unkompliziert einsehen und in dem er durch die einzelnen Auswertungsmonate blättern kann. Um die Gesamtfunktion abzurunden, können nun mit Gehalt und Lohn auch in der Vergangenheit liegende Abrechnungsmonate nachträglich nach Stotag Select übertragen werden. Für die Einzelbezieher unserer Entgeltabrechnungssoftware Gehalt und Lohn ist die Verwendung von Stotag Select übrigens bereits im Grundpreis pro Mandant enthalten. Für die Kunden von Stotagskanzlei und Kontor fällt aufgrund des abweichenden Abrechnungsmodells eine geringe monatliche Gebühr pro Mandant an, die unser Berater gerne mit Ihnen durchspricht. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen weiterhin erfolgreiches Arbeiten mit unserer Abrechnungssoftware Stotags Gehalt und Lohn. Gehalt und Lohn.